Der Naturschutzbund Baden-Württemberg ruft dazu auf, Insekten zu zählen. Dazu müssen Interessierte sich nur ein gemütliches Fleckchen suchen. Dabei kann es sich um eine offene Wiese oder den eigenen Garten handeln. Dann können eine Stunde lang die Sechsbeiner beobachtet und gezählt werden. Dabei sollte ein Radius von 10 Metern nicht überschritten werden. Die Beobachtungen können dann per Onlineformular auf www.insektensommer.de gemeldet werden. Dort gibt es auch nähere Informationen darüber, auf welche Insekten besonders geachtet werden sollte. Und wer Hilfe beim Bestimmen der Insekten braucht, findet dort auch einen Insektentrainer. Die Aktion geht vom 4. bis zum 13. Juni und vom 6. bis zum 15. August.